Herzlich Willkommen bei den Rios Power Gamers. Mein Name ist RioDark008, mit meinen beiden Crew-Kollegen Daniel TW1 und LemmingFluster77 und zwei Gästen, das ist der Orange Büffel und der Obi-Wan Kenobi, auch von meinen anderen Videos. Und diese Mission ist umkämpfte Anhänger, mal sehen, ob die wirklich umkämpft sind. Vielleicht sind da Pornos versteckt, aber weiß er nicht. Feiningspeed, das ist extra verlästert. Das kann alles Mögliche sein. Ja, bestimmt nicht. So, ähm. Super, wo spawne ich denn? Ich denke, wo wir mit ein? Mein Auto, Junge! Ähm. Mit rein? Ich dachte schon, Alter. Alles steckt bei dir ein, ist ja klar. Man of Steel. So. Ich kenn den Weg nicht auswendig. Äh. Wir haben ihn eh gleich da. Ja, wir sind gleich da vorne. Gleich sind wir da. Gleich in der Nähe. Ja, und ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht. Ich hoffe, ihr seid wirklich in die Gerutsche. Oh ja, es geht viel. Ich hoffe. Oh, der Volk hat direkt hier so umrum, umrum. Ja, Alter, die gehen ja hier. Ja, so weit geht's los hier. Also, wenn das hier wirklich Pornos sind, meine Ahnung, dann müssen das hier, die müssen wirklich jeder Pornos nach der Welt sein, wenn das wirklich hier nur Pornos sind. Junge, Junge. Oßer auch wie Gerald auf die Teletubbie DVDs. Könnt so sein. Gib mir Rückdeckung, ich klau den Nasser. Ja, da. Äh, ich würd sagen, erst mal an die Killen. So, das kommt. Da. Das nächste. Der ist noch mal der nächste. So, stecke wir mit dem Truck mit ein. Ja, ich kann ja so. So, der andere nimmt bitte auch den anderen Truck, wenn's geht. Und ich hab aber noch Molotov-Cocktails. Cool. Weißt du, wie man's heutzutage regelt? Warte. So. Äh, was? Ich sag, wenn ihr alle über dieser Kreuzung seid. Shit, 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 shit. Der ist ein Leibing beschützen. Ja. Irgendwie falsch. Irgendwie schon, ne? Ja, irgendwie bist du falsch gefahren. Scheiße. Ich kann nicht mehr. Äh. Nein. Schnell Schubst in Anhänger um. Schubst in Anhänger um. Es geht. Wer im Auto drinnen sitzt, da kann das machen. Schubst beendet, wenn du das willst. Los. Ich muss schnell. Ich zieh ihn mit. Ich schieb ihn. Geh, deswegen sind... Jetzt brauchen wir den Propeller des Todes mal. Jetzt brauchen wir den mal. Hey. Warte, hier geht das doch. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, ja, ja. Ja, hier geht's. Ja, alles klar. Was muss ich? Du schützt mich, ne? Hey, der sagt dir, beschützt mich. Wir müssen nicht von uns. Wir sind gerade ein bisschen beschäftigt. Ja, unser Container. Ja, nur gut, die Zeit. Da wurde zu stört, geil. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ohne fett. Jetzt stört es wieder unglaublich. Also, ein ganz kleiner Ratschlag. Wir müssen gemeinsam fahren, die Trucks. Das ist mein Fehler, sorry. Neustart. Wiederholung. Wiederholung, los. Das kann ich auch wiederkommen mit der Frosch unter trocken. Neustart. 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 so weiter loskommen ich doch lade noch mal schnell lau jetzt hat es geladen ja warte hatte du da da oder ganz einfach wieder wieder zugegeben ja wie schön dass ein auto falsch gespawnt ist den gehörten der grüne wagen erst mit dem zorn gespawnt mitten im zorn gespawnt heute leute und schön worten und schön worten erst mal die killen und dann die trucks die müssen ja wirklich so viel verhältnis dass die werte ja die anhänger oder auch das sind ganz einfach mal teletabys dvds die verboten sind los santos das stimmt sogar ich fahre dir das ich bitte das meinte verdummung der kinder warum da ist noch einer du bist schon so fahr ruhig mit denen dabei fahr ruhig mit denen und die fahren gleichzeitig los ich fahre alles klar fahr noch nicht 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 ok lemming du hast mein fahrzeug zerstört ja steht gerade die nachricht da kannst du selbst dann bei youtube nachschauen ist aber nett oben ich weiß ja noch viel Geld die Anhänger sind so wertvoll ja die sind so wertvoll ich geh damit richtig gut um ja wenn da menschen drin ist und vor der die hier drin sind dann haben sie das vor der sechens 203 abgeguckt dann muss man nämlich transportieren welche transportieren wow jetzt hier so zehn meter vor den jenks geht auf den kack ja versorgt da brauchst du was einfach mal reinzuquerschen du gehst den passen ab oh man, wir alle lang ja ehrlich, du fährst den lang keine Ahnung, der eine hat sein Laster hier gelassen ey, ich glaube einer hat Laster braucht die DVDs, sonst kann er keinen runterholen ey, Laster, der braucht deinen Laster ja, oder das sind leere, leere Tanks für sein, ja, wisst schon was ja, für die Männerlös ja, für die Männerlös ja, für die Männerlös so, und jetzt Haftpfumpen dran machen dann am Ende wo steht bestanden ne geht gar nicht, ich hab's gemacht, ich hab's nicht gemacht so gut das war umkämpfte anhänger ich hoffe euch gefällt dieses video gibt einen daumen nach oben abonniert uns und schreibt das kommentare und euch noch einen wunderschönen abend und tag keine ahnung uns ansieht und auf wiedersehen